Da sitzt die kleine Maus und will ihr Lalo wieder haben. Schau mal, was da drin ist in deinem Lalo. Such mal, was ist da drin? Ja, was ist da drin? Such! Wo ist es? Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Das Lalo wird verschüttet. Wo ist es, Leckerli? Wo ist es, Lecker? Im Lalo, ja? Ah, da ist es drin. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal da. So, da ist es drin. Und Gliedchen kann das auch. Guck mal da. Guck mal da. Ja, da ist es. Jetzt hat man den entdeckt. Und wie kommt es da raus? Wie kriegt man das Leckerli da raus? Ist gut versteckt. Ja, fein. Ja. Ach, nochmal hier. Guck mal. Da ist es. Knabber, knabber, knabber. Lecker. Das ist ein tolles, hm? So, ein tolles. Hallo. Schwarz-Weiß passend zu meiner Maus. Und schön Pinky für die kleine Prinzessin. Für mein Engel mit B. Ja, du bist mein Engelchen mit B. Bring's mir. Bring. Ja, fein. Und sag Tschüss und Dankeschön. Tschüss und Dankeschön. Ja, fein. Und fein. Gucken, wie das von oben aussieht. Machen wir nochmal? So, nochmal, nochmal. So, nochmal, nochmal. Dankeschön. Tschüss und Dankeschön. Sieht so, fein. Ade, ade. Und noch laut. Ja, laut. Oh, fein. Fein. Muss ich doch noch ein bisschen laufen lassen. Lilly, bring's mir. Gib's mir. Fein. So, jetzt wollen wir mal sehen, was dir das wert ist. Lilly. Was machst du für dein Lalu? Lilly. Was machst du für dein Lalu? Was kannst du? Hey, ich hab's. Was kannst du? Was machst du dafür? Gar nix. Ich schnüffel erstmal, ob's irgendwo was rumliegt. Was kannst du? Was machst du dafür? Oh, eine kleine Rolle. Super. Und was noch? Was kannst du noch? Laut kannst du. Oh, prima. Was kannst du noch? Und was noch? Mach mal. Mach mal. Hier ist dein Knochen im Weg. Mach mal. Peng. Das ist nicht peng. Lilly. Peng. Prima. Du Maus. Also jetzt aber. Tschüss. Tschüss.